Pass auf, links von dir Noxon ist einer am Berg Ja, ist sehen Ich weiß nicht wo er ist Hier bleiben die Panzerarmee noch nicht zu quästen Noch bisschen farmen Können wir eben Snyder farmen Sollen wir bei Bordersons eine Lösung Vengards ziehen? An der bei East River könnte es auch gehen Ne, ich glaube nicht Ne, wir können glaube ich hier auf dem Kontinent keinen ziehen Weil wir kein Techniklabor haben Haben wir gar keins Ne, also eben hab ich nur Lightning ziehen können Hier gibt's nur eins Oder wir gehen hoch zur EISA Technikanlage Kann man da gut snipern, woher steht? Naja, also mehr oder wenig Die kommen halt nicht raus die Zögern Die bleiben immer Richtig hin in der Decke Wir haben hinter uns welche Ah! Was hinter uns? Oh, die sind noch eins höher als wir Ah! Die sind nicht blöde die Ich weiß nicht Ich weiß nicht Ich weiß welches Auto das ist Und jetzt kommt ein Harry Beflogen Ne, Lebi kommt Hm, unten Mozi Aber ein Weaver von uns kommt noch Der kämpft gegen die Mozi Wer gewinnt? Also die hier oben sind weg Die Mozi sind weg Okay Erledigt Ich hab meine Aufgabe erfüllt Hast du vertrieben? Hast du angeguckt? Böse, dann sind sie weggerannt Ja Nach vorne ist noch einer irgendwo gewesen Ich glaube die Position ist noch Markus, was hatten wir heute? Internetprobleme Wie immer Aber heute ist wieder extrem Normaler Zeit lang besser Man, ich krieg die ganze Zeit nur Hitmarke als Sniper Ja, du musst auf Headshot gehen, sonst ist es kein One-Hit Ja, aber wenn sie laufen, dann kriegst du nicht so guten Headshot Ja, das steht auch wieder an Das ist halt Skill dann, wenn sie dann da trist im Laufen Das macht das Sniper dann erst äh Interessant Der weiß der Disziplin Ja Mann, ich hör die ganze Zeit In der Bewegung Vor allem bei Planet Zeit mit den ganzen Clipping-Pass Der Harry hat dich weggeraten mit einer besseren Lisk Tja Oh, da kommen ganz viele rum Ah, fuck! Nein! Dann hol ich mir jetzt auch Harris mit einer Kartettchen, weil da drüben laufen so viele Infanteristen rum backers Ja Füll dich gleich ab, du bist vier, oder? Ich bin vier, ja Mann, die lassen sich gar nicht wegsnipen Einen hab ich gekriegt, aber meine Kartettchen ist ja ein Arsch wieder hier Ähm, geh mit Ich hab gar keine vierer Kartettchen mehr Guck mal, ihr müsst mal gucken, Frostfall Overlock, das ist 96, oder 48 bis 96, aber kein Kamm, ich weiß nicht was die treiben Ja Die einfach nur nebeneinander her laufen oder so Wahrscheinlich Wart mal, jetzt werden die kommen mit Ich muss mal nachladen Ich weiß die da sind, Herr ist ja Markus, bin da Jo Wo ist das dann noch hin, Mann, Mann Die kommen mit Fahrzeugen hoch, aber packen den Berg nicht Zumindest der Lightning nicht Das ist ein Harris da oben, aber der ist wirklich da oben Ja Und der ist mir der Basilisk Wie viel Schaden macht man mittlerweile in der MEX mit nem Headshot, mit nem Scharfschützengewehr Äh, nicht viel Ja, das Futter Ja, ich wollte da abgeholt werden, das Werkzeug ist weg Ja, ich war ja schon weg, ich war ja schon bei Markus So, jetzt fahr ich dich an den Teleporter, damit du schnell umrüsten kannst auf Inchi und dann fahren wir wieder los Ja Teleporter voraus Scheiße Durch den Reit ist gelaufen Scheiße Mann Oh, ich bin ja richtig Premium-Platz hier, hab ich das Gefühl BIP-Launch So langsam Jetzt versuchen wir uns all die Leute zu holen, die sich da im Berg verkämmt haben Die ganzen Spiele ohne Die sitzen unten in der Garage Achso, in der Garage sind viele Komm mal auf den Berg, wo wir eben gestanden haben Ja, da sind viele Hm Oh, da drinnen ist ein Brawler Ja Er ist ungesonnen Ja, noch ein Headshot Hm, siehste, machst du ja Ja, wenn sie mal stehen bleiben auf einem Laufen geht das nicht so gut Wir müssen eine MEX Ist schwierig, ja, aber da ist ein Spiel ohne Oh, da ist eine MEX Ah, Harissa Ja Ah, Mann Hast du ihn? Nice Feier Das sind zwei MEX Nice, nice Das hat eine Domination Ein ist down Die anderen auch Ich bin down Beide MEXen down Da hinten ist halt immer noch der Brawler, der macht mir so ein bisschen Angst Wir machen die ganzen, die oben wieder Angst Ja, pass auf, links von dir, Noxone ist einer am Berg Ja, ich seh'n Ich weiß nicht, wo er ist, aber Ja, er lauft, aber Scheiße Wow Da war eine Bande Er ist down Er ist weg Aber da kommt noch einer, da kommt noch einer Oh, da ist ein Sandloch drin Oh, wir sollten nicht hier hochfahren, glaube ich Ach, ist weg Aber die Gegner haben wir auf der Karte nicht angezeigt Wart mal Ja, ich hab einen geroadkilled Ah, okay Noch eine Runde Stell dir mal eine Rotznase hin Wir kriegen hier welche, aber wir müssen die oben auf dem Berg von hinten holen Wollen wir Watterson spawnen? Ah, hier kommen wir hoch Ah, dann kriegen wir die nur nicht von hinten Ah, da hinten Alle oben Ah, war das knapp So, dann haben wir uns hier doch mal alle von hinten So, wie wir das mögen Ja, wieder ein Headshot Ja, wieder ein Headshot Im Moment läuft's ja auch wieder Jawohl, einen hab ich Ah, Mann, der ist grad umgefallen, wird's geschossen hab Ach, du Scheiße Ja, das ist immer cool Wie die mit normalen Waffen auf die Entfernung schießt Oh, ich hab Kopfgeld Ich hab Kopfgeld gekriegt Wie oft hast du denn schon gekillt? Ich weiß es nicht Ich weiß es nicht Auf dir wohl dein Kopfgeld ausgesetzt Wenn ihr mich toll kriegt ihr dann das Geil? Nein Das wär ziemlich behindert Wollen wir es mal ausprobieren? Nein Ich hab noch nie Kopfgeld gehabt Nicht Wie lange hebt das jetzt? Wieder ein Headshot Drei Mal stürzt Jetzt hab ich ne 3er KD 3, 4 Ah, das ist nicht schlecht Sehen die mich dann auch wenn ich getarnt bin, ne? Oder? Äh... Gute Frage Ach, die sehen einen auf der Karte dann? Ja Was ist das für ne Scheiße? Na, Kopfgeld Kopfgeld Das Geldmacherei Ja, das ist aber wirklich... Oh... Mich hat ein Sniper versucht zu snipern Ich hab jetzt 2 weggenommen Drei... Oh, im Laufen sogar genommen Boah Aber es ist Wano, das ist gut Mann, die bewegen sich mal in dem Moment wo ich schieß Ja, das ist echt fies, Michael Aber ich hab einen im Laufen jetzt erwischen Level 2 sogar Ja, geil, jetzt läuft ein Heavy einfach vor mich Pfff Naaah, ey, war am Arsch, Junge Hehehe, wieder weggenommen den Gleichen Matthew Kill Matthew Kill Serie Mann, die haben hier so einen Sensor-Kurfe hingeschossen Au voilà Ciao Ach, hi Ah, das ist wieder einer mit nur Basile Nee, und schon wieder Matthew Na, wie zum dritten Mal hintereinander Hast du auch gerade den Spielen da hinter dem Hügel gekillt oder was? Oh Ne, der unten in der Garage Nice Den hab ich glaube ich 8 und 2 mal oder so NICE! Lass echt beide wieder Nein! Der Matthew Nein, ich hab aber auch vorher wüsste Ja... F... ey Es kommen... Es kommen... Es kommen jetzt echt Warnhus Ja, da kommen jetzt Warnhus-Handys Einer nach dem anderen reingefahren Ich weiß nicht, was die hier wollen Das ist echt nicht Haben die ja ungefähr Anschluss oder Anschluss? Ne, haben sie nicht Ja, ich hab einen anderen Anschluss hier Die wollen einfach nur zu den Taradan reinfahren und fahren weg glaube ich Oder uns fahren, eins und beiden Das ist echt... Ne, die fahren immer direkt auf die Taradan zu, weil gegen uns schafft es gar nicht Ich hab Double Basilisk Wollen die Warnu-Infanteries sich holen? Mann, ich seh keine Gegner mehr, die sind alle abgehauen vor mir Die brennt... Achtung, da kommt einer vor uns, vor uns Da unten sind's bei Lightning Oh... Ich hab immer noch Kopf gegen... so geil Da unten ist der Matthew wieder, der steht direkt unten an der Tür Ihr habt mich ein bisschen erschreckt, die Granate Machst du jetzt irgendwie so C4 oder so? Ja Mann, der Herr... äh, der Sun übergeht mir, haben wir gesagt Oh shit, die Mh, der hat ein bisschen was Okay, wir fahren hier weg Vor allem ist er hatten, Harry schon wieder Oh, hinter uns sind wieder ganz viele Infanteristen Oh, er qualmt Scheiße Ich sehe keine Sniper mehr, ey Ich hab jetzt noch ein Ladegerät bekommen Alter, heute läuft's ja mal richtig gut für mich Du kannst ja auch Ladegeräte craften, ne? Echt? Ja Geht das jetzt auch? Schon länger, ich weiß aber nicht mehr Ich glaub, du musst zwei oder so zusammen machen Die ganz ersten Die ersten oder so Ich weiß da auch nicht mehr genau Ja, und einer Markus, der ist wieder da Das war's! Ja, wir brauchen Ruhe 1 Geht das! Te Anke Geht das! Die